Zumindest bei denen wäre es halt nice, wenn es einmal einfach durchläuft, weil ich es ja legit nur wegen dem Battle Pass jetzt rüber getauscht habe. Da ist es wieder auf Plus 3 zurück. Wow. Und praktisch mit Spät- und Nachtschichten. Musst du immer auf der Arbeit gucken. Das geht schon. Oh ne, der hat nur noch 12 Low-Products, Mist. Die Chance kann ich jetzt nicht, äh, nicht nutzen. Das wäre echt dämlich. Was hat er gehabt, Patrick? Oh, ho, ho, ho. So, back to back to back. Damn, Daniel. Okay, okay. Okay. Das, was eigentlich beim Night hätte schon passieren sollen. Nice. Direkt nochmal, bitte. Oh, schade. RIP. Ach, das ist so nervig. Damn, das wäre echt heftig gewesen. Oh. Ah, schade. Oh, das war's schon. Ups, 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 ups. Ah, egal. Okay, der muss auch noch zweimal cheeren. Kann der das noch? Ah, also die ersten drei Male. Vielleicht versetzt, bin ich wieder besser. Nope. Damn, wenn das jetzt klappt. Ich sag' ja, also jetzt gerade sieht's gar nicht so schlecht aus. Na gut. Na, Moment. Ich hab noch 6 Power der 6. Ach, leck mich doch. Gut. Nice. Damn it. Ich weiß nicht mehr, wie viel es beim letzten Mal waren. 220 oder so. Oder war's mit Waffe natürlich. Also jetzt ist er auch wieder mit Waffe, aber... Mit den verschiedenen Charaktern war's jetzt zu blöd zum 10. Kanalwerte machen wir wieder, wenn von 8 auf 10. 5 mal 8 auf 10. Junge. Ich wollte nur mal kurz was trinken. Ach, verdammt. No, Moment. Okay, also der Psyche wartet bisher das größte Pech. Der hat einfach gar nichts geschafft. Ah, dann noch Bildposter selber. Dann das dritte Mal wieder auf Plus 3 zurück. Mist. Eine Frage, ich will ASAP 140 mit meinem Psy 70 später OE werden. Einfach so leveln wie ein Bo-Ding. Ja. Aus Hass wird Liebe. BP kann man nur hassen. Das ist was Persönliches. Verdammt. Das war sowieso mein letzter Power, der ist 6 auf dem Char. Nice. Tower ist kein Level-Spot. Du brauchst das Tower-Ticket, um mit dem Tower zu leveln. Du kannst nicht einfach in den Tower reingehen. Der Tower existiert so gar nicht, wie du es wahrscheinlich denkst, dass er existiert. Du brauchst ein Ticket dafür, oder kannst du nur in den Daily-Modus gehen. Der Daily-Modus ist halt nur 200 Monster töten, dann fliegst du raus. Ganz schön früh on. Ich weiß. Ich meine, ich bin jeden Tag im Bio-Zeit on. Du bist nie hier, Navos. So wie gestern zum Beispiel. Och, jetzt reicht's, aber jetzt geht doch endlich Plus 8, Mann. Lass es jetzt noch durchlaufen. Oh? Scam. So lächerlich. Normal ist 21, 20, 21, 30. Das stimmt halt überhaupt nicht, Navos. Das ist kompletter Bullcrap. 21, 20, 20 bis 30 ist, wenn ich spät dran bin. Meistens ist 21 bis 21, 10 ist in letzter Zeit gewesen. Na endlich, Alter. Da haben wir das lange gedauert. Mist. Ach so, ist das eigentlich in den Battle-Pässen auch 0 von 3? Oder wie sind das hier eigentlich? Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ach, das ist nur, was wir mit dem Pena ausgeben. Ach, da ist das Piercing und hier ist es, ah, okay, ist egal. Äh. Äh. Da haben wir auf Plus 9 gemacht, aber es ist eh egal, was jetzt wieder Plus 4 ist. Das war klar. Hast du gehabt, Alex? Nice. Und dann noch der Bloody Nacko. Bloody Nacko Linsky. Warte, sind wir fertig. Ähm. Ja. Schild auch? Ich hab kein Schild mit 15 Block bekommen, das weißt du doch. Hast du das Video gesehen? Kann ich Dungeons, wenn ich fertig bin? Jupp. Das war der Plan. Will kein Trash-Schild upen? Ich hab nicht mal das Schild von meinem Knight geupgradet, das ist Plus 6 oder so. Und das hat er sogar 15 Block. Okay. Es gab Lost in Toilet. Oh, hab ich noch Seengebundene? Ups. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. meine Segen gebundenen Power S4 noch wegbekommen, dieser Nackel. Und plus 4. Nope. Damn, so lange ist das eigentlich noch nie durchgelaufen. Damn! Was für eine Achterbahnfahrt. Oh, Nackelinski. Oh, no, what. Boom. Und let's go. Keine Power S12, by the way. Ab 10% triggert jeder fail. Mich. Oh, nice. Na, gut. Gut gemacht. Dein Board schon über 2 Monate drin ist immer noch 7,7. So dumm. Tja. Hast nicht genug gecashed. Hast du nicht genug gecashed. Nice, let's go. 2, irgendwas. Nice. Okay, das ging schon mal ziemlich schnell. Was soll man hier cachen? Die Müllpässe. Ja. Na, es war glaube ich 9,5. Unter 10%. Und das jetzt noch klappt, wäre heftig. Mit 45 Dingern zweimal von 8 auf 10 wäre ziemlich crazy. Aber es wäre auch crazy, wenn das jetzt noch klappt. 2, 1. Ah, schade. Ah, ich würde sagen, das war ein solider Start. Damit kann man... Knuckle braucht Element plus 10. Wenn du viel Schaden machen willst. Ah, ich hab die Power Days vergessen. Ups. Joop, die Power Days vergessen. So. Und die nächsten 45, go. 14 Fails hatte der Helm noch beim Ringmaster. Auf den Bloody Knuckle. Wieso fragst du das so, als wäre ich komplett bescheuert? Ich verstehe jetzt dein Problem nicht damit. Bloody Knuckle braucht mehr Element plus 10, na? What is your point? Wenn du umtauschst, ist das Element weg. Ich mach's ja auch erst, wenn der ein Golden Knuckle ist. Imagine, das wäre eine 42 Fails auf den Helm. Bro. Don't do it. Weiß nicht mehr, was das Schlimmste war, was ich bisher hatte. Ich glaube, mein Stuff mit 54. Das sind jetzt... 43. Oh, jetzt hab ich nicht hingeschaut. Nice. Aber es war auf jeden Fall nicht gut. Knapp 50. 47, glaube ich. Oh, der muss jetzt noch... Die Stute muss jetzt noch plus 9 mindestens. Okay, der Ranger... Oh, Moment. Aber der Ranger ist trotzdem kacke im Upgraden. Jetzt kommt der Build Poster. Wenn jemand Glück... Also mit einem Fail gestartet. Mit einem Attempt. Oder ich mach erst alles auf plus 9. Ach, wisst ihr, was ich glaub ich mach mal, ist auf plus 9. Oh. Loy. Damn. Das war unexpected. Machen wir alles auf plus 9. Falls das... Oh, nice. Falls es überhaupt klappt. Nice. Okay. Noch 3 mal plus 10. Wir sind jetzt bei... Also wenn die A-Prodies von dem Build Poster wechseln, dann waren es 3 mal 45. Also 135. Also ein bisschen mehr als die Hälfte dann. Sieht ziemlich gut aus für Team 1. Wenn es so weiter geht. Oder ich mach auch wieder die Taktik, wie ich es auf Borodeng bei meinem Blade gemacht hab. Alles auf... Weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich glaub alles auf 20 Fails oder so. Ne, alles auf 40 Fails war das, glaub ich. Und das war dann da, wo mein Helm 107 Trice gebraucht hat. Ja, immer am Start. Nice. Ja, ich brauch noch so 5 Minuten. Ungefähr wahrscheinlich. Das sind jetzt... Oder bin ich blöd? Ah, da unten 12. RIP. Also Build Poster ist auf jeden Fall schon mal nicht reingelackt. Hast du ihm gesagt, 10 Minuten circa. Aber ich hab 5 gesagt. Oh, let's go. Wieder nicht hingeschaut. Das waren 3. 3 plus 14. Also 17. Nice. Dabei wollte ich nur die 20 Fails oder die 20 Attempts machen. Und dann klappt das einfach. Ich sag ja, der Psykeeper könnte es schon beenden. Das wären dann 4 mal 45. Also 180. Wir brauchen nur noch 2 Sachen, ne? Und der eine hat schon 22 Fails. Also Team 1 sieht really good aus. Team 1 riecht nach einem Gewinnerteam. Press 1 in the chat. Wenn ihr im Gewinnerteam seid. 1 in den Chat. Für Gewinnerteam. Na, wo ist es in Team 1? Muss auch sein. Er hat gestern viele Punkte verloren. Late Night Gambling. Oh, let's go. 24 oder so. Ey, der Psy. Ey, hab ich gesagt, er kann's beenden? Oder hab ich gesagt, er kann's beenden? Ich hab gesagt, er kann's beenden. Und er hat noch 14 Juicy Versuche. Noch Elf. Hab ich mitbekommen, dass er gestorben ist, ja. Wieso, ich krieg doch noch mal 70 Atom. Wenn die 140 sind, krieg ich 20. Und fürs Upgraden krieg ich 50. Der hat doch dann noch mal 70 Prodict. Schade, er hat's nicht geschafft. 40 Versuche. 36 sogar. Und am 35. Würde immer noch Team 1 gewinnen. Ach Mist, Powerdice vergessen. Also das ist fast idiotensicher, dass das klappt. Team 1. Da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und das heißt auch, es ist deutlich besser gelaufen, als das letzte Mal upgraden. Beim letzten Mal waren wir definitiv über 200. Ach, das Penny hab ich auch noch vergessen. Das ist, ach. Gibt's ja nicht. The broke ass character von mir. Lustigerweise hab ich sie gestern erst ausgeräumt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten sie alle so 30, 40 Mio gehabt. Das hätte wahrscheinlich sogar gereicht. So, jetzt aber. Die Spannung ist auf dem Höhepunkt. Das mit dem Battle Pass verwirrt immer so, wenn dann die Dinger kommen, obwohl du es schon fertig hast. Kann schon mal Punkte verteilen. Ich seh's schon kommen. Die Suit frisst jetzt noch 30 Trice. Einfach nur, weil sie's kann. 50. 10% Chance. 11. 12. Ah, come on, man. Ey, come on, man. 54. 55. Offiziell mein schlechtes Lack bisher. 56. 58. Ja, jetzt. Komm. Jetzt mach dich nicht lächerlich, okay? Jetzt mach dich nicht lächerlich. Was soll denn das jetzt? Team 1? Team 1? Team 1, what is happening? Team 1, what is happening? Wir sind jetzt bei 205. Noch 11 Versuche. What is happening? What the fuck? Ah, das war ja wieder klar. Dieser dreckige Jester. Ein Grund, wieder Jester zu hassen. 65. Alter Schwede. 65 Fails auf FEC tut halt richtig weh. 70. Oh mein Gott. Alter, 71 Tries. Das ist das für ein Schmutz, ey. Das wäre nicht auf Buro-Ding, wären es halt 140. Das ist halt geistesgestörtes Pech. Junge, Junge, Junge. Aber das heißt, ähm, es waren 180 plus 31 sind 211. Also Team 1 hat trotzdem gewonnen. Team 1 hat trotzdem gewonnen. Ja. Hot School Girl, Billposter Action. Bam, 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 bam. So lächerlich, dass die Waffe plus 10 so gut wie gar nicht leuchtet. Ohne Element. Sexy girl. Easy.